Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu den neuronalen Netzen im Bereich maschinelles Lernen. Heute geht es um die sogenannten Hopfield Netze, weil ein cooler Kerl namens Hopfield die erfunden hat, werden heutzutage zwar nicht mehr so richtig gebraucht, aber nicht wegschalten. Ihr braucht die tatsächlich, um nachher die Boltzmann Maschinen zu verstehen. Und Boltzmann Maschinen sind tatsächlich sehr, sehr wichtig und sehr geil. Okay, schauen wir uns mal die Hopfield Netze an. Ich habe ja euch mal drei Neuronen hingepackt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Standardgröße von so einem Hopfield Netz. Also da kann man schon, wenn es da mal angewandt wird, um die 1000 Neuronen bis vielleicht noch ein bisschen mehr sich denken. Aber mit drei Neuronen kann ich es euch hinzeichnen, ansonsten könnte ich das nicht. Okay, Hopfield Netze sind ein bisschen besonders, da sind nämlich alle Neuronen miteinander verbunden. Also jedes Neuron ist mit jedem verbunden und es gibt keine Layer in der Art, sondern es gibt einfach nur diese kompletten Verbindungen. Und es gibt aber, also ein Neuron ist nicht mit sich selbst verbunden, aber jedes Neuron ist mit jedem anderen verbunden und zwar in beide Richtungen. Das ist was ganz Besonderes. Das heißt, wir haben hier immer diese beidseitigen Gewichte. Und diese Gewichte sind auch einfach immer identisch. Das heißt, auf dem Pfeil nach links liegt dasselbe wie auf dem Pfeil nach rechts. So, und während ich, oder nachdem ich das jetzt fertig gezeichnet habe, können wir uns einfach mal ein paar Zahlen aussuchen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen hier der Einfachheit halber einfach mal 1 als Gewicht. Und hier packen wir uns auch ein 1. Ne, sagen wir hier mal ein Minus 1. Also sagen wir einfach mal Plus 1 und Minus 1. Und hin und zurück, da liegen dieselben Gewichte drauf. So, und jetzt noch eine Vereinfachung. Die ist tatsächlich, also diese Gewichte, die können natürlich auch ein bisschen anders sein, wie man die ganzen Dinge trainiert. Das werden wir nachher noch kurz besprechen. Aber die Neuronen selber, die sind tatsächlich auch binär. Die sind entweder 0 oder 1, beziehungsweise man nimmt statt 0 oder 1 meistens Minus 1 oder 1, damit man besser damit rechnen kann. Also mit 0 ist es ein bisschen doof, deswegen sagt man Minus 1 oder 1. Okay, also wir haben hier zum Beispiel ein Neuron 1. Das hier wäre Minus 1 und das hier ist auch 1. Zum Beispiel. Muss jetzt nicht so sein, aber ja, so könnte ein Hopfield-Netz aussehen. Okay, und was ist jetzt das Besondere dabei? Naja, so ein Hopfield-Netz relaxiert sich, also es entspannt sich sozusagen. Es chillt einfach mal in einem stabilen Zustand. Irgendwann mal, wenn wir es unendlich oft upgedatet haben. Ja, wie daten wir das Ganze jetzt ab? Und schauen uns dann einfach mal diesen relaxierten Zustand an. Wir nehmen uns irgendein Neuron, zum Beispiel jetzt das links oben. Das kann aber zufällig sein, dann müsst ihr euch nicht irgendwie festlegen. Nehmen wir ein Neuron pro Zeitschritt und das wollen wir updaten, also sprich anpassen. Mit den Gewichten machen wir gar nichts. Wir sagen, okay, die Gewichte trainieren wir nachher noch, aber das kommt irgendwann anders. Nicht jetzt, sondern wir wollen jetzt nur die Zustände anpassen. Was wir hier bei dem Anpassen von den Zuständen machen, ist folgendes. Wir haben hier minus 1 mal 1, naja gut, das kennen wir ja schon, das ist irgendwie die Summe von vorher. Also minus 1, das ist das Gewicht, mal 1, gibt minus 1, plus minus 1 mal 1, gibt auch minus 1, also zusammen minus 2. Und da diese Summe jetzt kleiner als 0 ist, haben wir hier einfach als Zustand jetzt ein minus 1. So, jetzt machen wir weiter. Jetzt geht es hier weiter und wir sagen, okay, wir wollen jetzt dieses Neuron hier updaten. Gut, also minus 1 mal, also die minus 1 hier mal 1 und 1 mal 1 gibt 0. Naja, bei 0 haben wir gerade so einen Grenzfall, da wird es normalerweise positiv gesetzt, aber man kann es sich aussuchen. Okay, in unserem Fall jetzt positiv. Das ist einfach diese Step-Funktion, die man da verwendet. Die hatten wir schon ganz am Anfang. Okay, nächstes Neuron, das hier. Minus 1 mal minus 1, naja, das gibt 1 und 1 mal 1, naja, das gibt auch 1. Also bleibt das Neuron hier. Ihr seht schon, die Zustände, die sie vorher hatten, die interessieren uns absolut gar nicht. Kein Furz. Wir wollen einfach nur die neuen Zustände anhand von den Gewichten und den Zuständen der Nachbarneuronen, also allen anderen Neuronen, da ja alle miteinander verbunden sind, berechnen. Okay, jetzt machen wir wieder weiter und sagen hier wieder minus 1, also diese minus 1 hier mal 1, naja gut, das gibt minus 1 und 1 mal 1, naja gut, das gibt 1, also 1 plus minus 1 gibt 0. Also kommt hier insgesamt wieder eine 1 hin, weil die Summe ja größer gleich 0 ist. So, und dann können wir hier tatsächlich einfach mal durchgehen und wir sehen, dass wir keinen veränderbaren Zustand mehr finden. Das heißt, alle drei Zustände bleiben gleich und das ist dann einer dieser stabilen Zustände. Ist jetzt was relativ langweiliges, da könnte natürlich auch ein Minus vorne drankommen. Solche Fälle gibt es tatsächlich, aber in unserem Fall geht es nicht. Okay, also wir haben hier einen relaxierten Zustand, alle Zustände sind auf 1 und so bleibt es dann auch. Ja, für was möchte ich dieses komische Dingens haben? Zum Beispiel für ein Assoziativgedächtnis. Das heißt, ich packe in meine Neuronen ein Muster rein, zum Beispiel ein Bildmuster und ich sage ein schwarz-weiß Bild, also entweder der Pixel ist komplett schwarz oder der Pixel ist komplett weiß. Wenn er komplett schwarz ist, dann sage ich hier, dieser Zustand von dem Neuron ist 1. Wenn der Pixel komplett weiß war, dann ist er minus 1 oder umgekehrt. Ihr könnt euch natürlich aussuchen. Und dann fütter ich einfach mein Hopfield-Netz, also jedes einzelne Neuron mit so einem Pixel und dann kann ich sagen, okay, mit diesem Zustand trainiere ich jetzt diese Gewichte hier. Und das Trainieren von den Gewichten, das funktioniert folgendermaßen. Achso, kleiner Hinweis noch, bevor wir anfangen mit dem Gewichte trainieren. Es gibt eine sogenannte Energiefunktion, die wird uns noch bei den Boltzmann-Maschinen wieder begegnen. Deswegen führe ich den Begriff jetzt hier einfach schon mal ein. Das ist eine Funktion, ich schreibe die gerade mal hierher, die schreiben wir E, nicht Error, sondern Energie. Vorsicht. Also, minus 0,5 mal die Summe über alle ij und zwar über alle x, nein, das wollte ich nicht, x i mal x j mal w j. Also, einfach irgendeine Funktion definiert hier, minus 0,5 Summe aus x i x j w i j, wobei i niemals gleich j sein darf hier. Der Dings wird dann übersprungen. Diese Funktion E hier, die wird, wie die Error-Funktion eigentlich auch, wird immer geringer, je mehr wir einfach updaten. Das heißt, oder sie bleibt gleich, eins von beiden. Also, entweder wird sie geringer oder sie bleibt gleich. Und das ist sozusagen unser Ziel. Wir wollen hier für diese E-Funktion, für die Energiefunktion ein Minimum finden. Das machen wir, indem wir hier dieses Relaxieren durchführen. Okay, jetzt tatsächlich zum Training. Also, wir haben jetzt ein Bild gespeichert, ein dreipixliges Bild und alle drei Pixel sind weiß. Das heißt, wir haben hier eine 1, hier eine 1 und hier eine 1. So, und jetzt wollen wir diese Gewichte hier auf den Kanten trainieren, damit sich mein Hopfield-Netz merkt, wie dieses Muster aussieht. Da spricht man häufig von Mustern, Konfigurationen oder Patterns, je nachdem, wie ihr danach googelt oder wie oder was. Also, Muster, Konfigurationen oder Patterns, alles dasselbe. Man spricht im Prinzip davon, wenn hier eben diese Zustände von den Neuronen, hier ist eine 1 drin, hier ist eine 1 drin, hier ist eine 1 drin. Das ist eine Konfiguration oder ein Zustand. Es gibt 8 verschiedene Zustände, nämlich 2 hoch 3, weil hier jedes Neuron hier 2 Zustände haben kann, nämlich Minus 1 und Plus 1. Und ich habe 3 Neuronen, also 2 hoch 3 macht 8. Okay, wie trainiere ich das Ganze jetzt? Naja, ist eigentlich auch sehr, sehr einfach. Diese Gewichte hier, die werden angepasst und zwar das Gewicht zwischen Neuron I und Neuron J wird so angepasst, wenn hier I gleich J ist, also die beiden Zustände gleich sind, also hier eine 1 steht und hier eine 1 steht, dann wird das Gewicht hier erhöht. Also, das heißt, wir erhöhen das Gewicht und schreiben zum Beispiel 0 hin. Das wäre das erste Erhöhen und man kann zum Beispiel sagen, bis maximal 1. So, und wenn die beiden Zustände unterschiedlich sind, also zum Beispiel, wenn jetzt hier eine Minus 1 stehen würde, dann würde ich das Gewicht einfach verringern, also zum Beispiel um 1 wieder und auf 0 setzen. Da hier aber auch ein 1 stand, bleibt das Gewicht natürlich auf 1 stehen. So, höher als 1 geht nicht, legen wir jetzt einfach mal so fest. Okay, und dann habe ich hier nochmal einmal Training sozusagen, was ich durchführen kann und plötzlich habe ich hier eine 1 stehen. Und schon haben wir hier überall Plus 1 stehen und mein Netz hat sich diese Konfiguration gemerkt. Egal in welchem Zustand ich jetzt anfange, wenn ich hier Minus 1 habe und hier auch Minus 1, dann kann es natürlich passieren, es kann immer passieren bei diesen Hopfield Netzen, das ist übrigens auch ein großes Problem von den Dingen, dass wir in andere Zustände kommen, die stabil sind, aber die eigentlich nicht eintrainiert sind. Machen wir einfach mal kurz ein Beispiel, wenn ich jetzt hier Minus 1, also hier Minus 1, 1 und 1 habe, dann wird es relativ langweilig, dann wird dieser Zustand hier relativ schnell auch zu einer 1 werden. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wo ich anfange. Sagen wir jetzt einfach mal, also wir haben hier diese Minus 1 und ich möchte euch jetzt auch noch kurz die Probleme von den Hopfield Netzen zeigen. Okay, wir haben hier jetzt Minus 1, Minus 1 und wir wollen wieder unser gespeichertes Muster von 1, 1, 1 haben, mit dem wir jetzt auch trainiert haben. Hier steht ja überall eine 1. Wir haben das gespeicherte Muster 1, 1, 1 gehabt. So, was wir jetzt also machen ist folgendes, wir fangen an abzudaten und wenn wir jetzt hier anfangen abzudaten, dann haben wir gleich ein Problem. Denn Minus 1 mal 1 und Minus 1 mal 1 gibt Minus 2 und dann habe ich hier eine Minus 1 stehen. Und schon haben wir einen stabilen Zustand, weil wir hier angefangen haben. Und da sieht man dann auch wieder, es kommt stark darauf an, bei welchen Neuronen ich anfange, aber das kann man nicht vorher wissen. Das ist wirklich zufällig, mehr oder weniger. Wenn ich jetzt nämlich bei diesen Neuronen hier angefangen hätte, dann hätte ich hier Minus 1 mal 1, gibt Minus 1, aber 1 mal 1 gibt 1, also zusammen ist die Summe hier 0. Also haben wir hier als Zustand eine 1 stehen. Und jetzt mache ich zum Beispiel das Neuron hier oder das Neuron und am Ende habe ich als relaxierten Zustand die 1, 1, 1 wieder, den ich ja wieder haben wollte. Das heißt, so wäre es richtig gewesen. Aber es gibt auch noch einen zweiten stabilen Zustand, nämlich Minus 1, Minus 1, Minus 1, den wir vorhin erreicht haben. Und das wäre natürlich falsch. Ja, große Schwachstelle übrigens, also was heißt übrigens, große Schwachstelle, also das Ganze hier. Ja, und noch eine riesen Schwachstelle ist die Effizienz, deswegen benutzt man die Dinger eigentlich fast nicht. Man bräuchte um 8 Muster zu speichern, 100 Neuronen. Ja, das ist nur so ein kleiner Anhaltspunkt, also schon sehr, sehr viele Neuronen. Das Problem ist natürlich dann auch, dass ich diese 100 Neuronen irgendwie füllen muss, um nachher meine 8 Pattern irgendwie wieder zurück haben zu können. Naja, und man muss natürlich die Patterns alle vorher haben, das ist auch nicht so geil. Aber okay, das sind erstmal die Hopfield-Netze. Ich hoffe, ihr habt sie verstanden und euch hat es mal wieder gefallen. Ist ein ziemlich langes Video geworden, aber muss auch mal wieder sein. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es dann wahrscheinlich mit den Boltzmann-Maschinen losgeht. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.